Ich glaube, da benötigt es eine Epilepsie-Weranung, ähm, es ist ein Videospiel. Epilepsie-Weranung. So, vor dem Spielspielanleitung Option, ähm, auf geht's. Ich leide nicht unter Epilepsie, aber ich kriege da schon. Ich habe gerade fast einen Epilepsie-Anfall gekriegt. Ich leide nicht unter Epilepsie, aber ja. Es war so giftig. Jetzt leide ich unter Epilepsie. Oh Mann. Oh, ähm, shit. Äh, wie heißt denn das Spiel eigentlich? Ähm, äh, ich habe jetzt einfach so eingehört, ähm, Hauptsmenü, ähm, ich muss jetzt hier nochmal, ich habe noch, ich habe Vectronom heißt das, Vectronom-Demo. Ähm, ja, ähm, ich bin so geflasht gewesen von dem Spiel, dass ich jetzt gar nicht richtig reingestartet bin. Seid gewusst einen neuen Netztest, ein weiteres Netztest von der, eins der letzten Netztest-Demo-Version von der Ninja Arena 2020 Gamescom. Ja, das Spiel, das macht mich fertig. Ja, ist ja interessant. Aha, okay. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Kann ich springen? Ach du Scheiße. Das Spiel kommt direkt aus der Hölle. Ich habe das auf der Gamescom 2020 gesehen, da haben sie das als, jetzt muss ich zum Rhythmus spielen, ach du Scheiße. Da haben sie das für, ja, an einem Stand, da konnte man das mit dem Fuß, mit dem Fuß spielen. Dann haben wir so eine Schlaufe auf dem Fuß gekriegt und dann musste man das mit dem Fuß spielen. Ich war doch richtig. Nachpflanzt. Die Musik ist aber ziemlich heftig. Die Musik ist aber ziemlich heftig. Verdammt. Ein Rhythmusspiel. Ihr wisst, wie sehr ich Rhythmus spiele, liebe. Das war ja, das war ja. Das war ja. Das war ja, das war ja. Das war ja, das. Ach, eins zu weit. Oh Gott. Ich bin hellbar. Verdammt. Ach krank. Ach komm schon. So viel Spaß noch am Abend, in der Nacht, beim Schlafen gehen, ja. Ich bin mir sicher, ich werde heute sehr gut schlafen. Nachdem hier. Ach du Scheiße. Ach, mach die Musik gleich so. Ach, es wird mir zu viel hier. Es wird mir zu bunt. Es wird mir mittlerweile zu bunt. Ah, so schweig. Auch solche Spiele gab es auf der Arena, auf der Meson. Ich konzentriere mich gerade so ein bisschen. Man muss da ein bisschen um die Ecke, oder? Ach komm. Ja gut, lassen wir es los sein. Äh, lassen wir es gut sein. Es ist zu viel des Guten, zu viel des Guten. Ja, ich muss weg. Ja, ähm. Ja. Ähm. Ähm. Da hab ich nach oben, soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und das nächste Letzt-Test, die ich verpassen wollt. Das wird besser, das nächste Letzt-Test. Und länger. Habt einen einigen fürstlichen Tag gerade erinnern. Tschau, tschau. Untertitelung des ZDF, 2020